Um die Woche beschaulich ausklingen zu lassen, habe ich mich mit Peter und Dicke auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt verabredet, um mit ihnen ein, zwei Gläser Glühwein zu trinken. Um 12.15 Uhr komme ich an der Münchner Freiheit an. Peter und Dicke sind noch nicht da, also muss ich wohl oder übel den ersten Glühwein allein trinken. Als die beiden endlich eintreffen, habe ich bereits die zweite Tasse zur Hälfte gelernt. Wir unterhalten uns über alte Zeiten und darüber, dass wir uns vor nunmehr vier Jahren auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt genau an diesem Stand beim Glühwein trinken, kennen wir dann auch. Wir kommen aufs Leben an sich und die Liebe im Besonderen zu sprechen. So kommt es sehr schnell zum dritten, beziehungsweise kurz später zum vierten Glas Glühwein. Um 13.45 Uhr muss ich aufbrechen, weil ich schon zwei mit Thomas auf dem Neuhausener Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz verabredet bin. Mit ihm trinke ich einen Theisendorfer Weihnachtstrunk, der auf der Grundlage von Früchtetee mit Enzern und Rum gemischt wird. Angeblich eine Kien-Gauler-Spezialität aus dem 17. Jahrhundert. Ich genehmige mir zwei Tassen davon, wobei wir uns angeregt über das Leben an sich und die Liebe im Besonderen unterhalten. Ich winke von Weitem meiner Nicht-Dämoniker zu, deren Lippen weder einmal ähnlich an einem glas unter Präsacher-Muttergottes-Wunsch-Leben. Die lässt nichts aus, denke ich mir. Auf dem Weg zur U-Bahn bleibe ich an einem Stand hängen, der weiße Glühwein auf der Grundlage von grünen Benedienern aus dem Burgenland anbietet. Überzeige mich überhaupt nicht. Deswegen nur eine Tasse. Dann steige ich in die U-Bahn ein. Es ist bereits 15.07 Uhr, als ich auf den Giesinger Weihnachtsmarkt eintreffe. Ich besuche ihn dieses Jahr zum ersten Mal. Deswegen kenne ich hier noch niemanden, aber das macht nichts. Umso besser schmeckt der Zilverteiler Winterpunsch auf der Grundlage von Kirschwasser mit schwarzem Tee. An- und Fürsicht zu kräftig für die Tageszeit, obwohl es schon dunkel ist. Deswegen bleibt es auch bei einem Glas. Aber, den Zilverteiler Winterpunsch wird man sich merken müssen. Um 15.33 Uhr nehme ich die Straßenbahn, die mich vom Giesinger Weihnachtsmarkt direkt zum Heithauser Weihnachtsmarkt am Weißenburger Platz bringt. Ich bin dann mit Hermann verabredet, der sich aber wieder verspäht. Also kaufe ich allein ein Glas Finsterblühwein und stelle mich zu Gleichgesinnten. Wer Weihnachtsmärkte kennt, weiß, dass es überall Gleichgesinnte gibt. Ich führe ein paar nette Gespräche über das Leben an sich und die Liebe in Besonderheit. Nach einem warmen Jäger, das ist ein heißes, alkoholreiches Getränk auf der Grundlage von Wasser- und Kräuterlischöhr, gehe ich zur S-Bahn und fahre genau um 16.17 Uhr zum zentralen Weihnachtsmarkt am Marienplatz. Jetzt dunkel ist es bereits gewaltig. Trotzdem erkenne ich an einem Glühwein-Spann-Hermann, mit dem ich mich an sich auf dem Heithauser Weihnachtsmarkt am Weißenburger Platz treffen wollte. Nach erheblichen Vorwürfen meinerseits versöhnen wir uns bei einem heißen Ratzelwunsch. Das ist kein einheimisches Getränk. Man trinkt es zur Weihnachtszeit im Badischen. Auf der Grundlage von Wehrwurtschnaps und Ingwerdekörn. Andere Länder, andere Sitten. Gegen 17 Uhr sagt er immer, ich soll nicht schwächeln. Ich bin auf dem Basinger Weihnachtsmarkt begleitet. Weil, ich sage, es ist der nächste Weg für einen, der noch einmal auf den Schwabinger Weihnachtsmarkt muss. Aber, sagt Hermann, da gibt es den feinen schlesischen Christfest-Schopper, der nicht zu verreden. Wir fahren nach Bassik. Aber erwischen blöderweise die S7, die gar nicht nach Bassik fährt, sondern nach Soln. Trotzdem ärgern wir uns nicht, weil wir auf diese Weise auch noch den mittelsendiger Christkindlmarkt mitnehmen können. Wir kommen mit einer jüngeren Frau, der einsymptopisch deiner Wurz hüpfen Geist, aus dem Bayerischen Oberland, ins Gespräch. Und landen in Kürze beim Leben an sich und im Wissen im Besonderen. Da schlägt Hermann aufs Gemüt. Wir brechen He zum Basinger Weihnachtsmarkt auf, den wir um 1755 erreicht haben. Aber, von dem hochgelobenen schlesischen Christfest-Schoppen, die eher enttäuscht, gebe ich ihm aber noch eine zweite, dritte, oder eine vierte Chance. Aber es ist und bleibt ein süßes Klederchen im Besonderen. Trotz seiner 38 Prozent. Geh! Leicht verärgert, setze ich mich deshalb von 1831 in die Wissbahn. Da ich ein Mensch bin, der ungern im Leben etwas auslässt, mache ich noch einen Abstecker für Stefans Platz, auf dem heuer das erste Mal ein Weihnachtsmarkt stattfindet, auf dem sich vor allem Männer einfinden. Warum auch nicht? Jeder hat das Recht auf einen Weihnachtsmarkt. Aber der Christbaum, der da zwischen diesen Männern steht, überrascht mich dann doch. Er ist sehr rosa. Meiner? Sagt der schöne Hans, du crazy pinken Geschmack, unser Advent ist halt rosa. Wir wollen so feiern, wie wir leben, sagt er. Und das ist kunterbunt. Kunterbunt sind auch die Getränke. Vom Tee aus dem nepalesischen Hochland, mit so viel Eierlnig zu ertränken, hat er vom Tee überhaupt nichts mehr Spaß gemacht. Mit so viel Eierlnig zu sagen, bist du ein Herrsenbischof, der zwar würzig, aber alt, 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 antwohlen Menschen, wie er schlacht ist. Da sollte die Kirche einmal ein Nachwort sprechen. Probiert habe ich alles auf diesem rosa Markt eingeben. Ein Mensch, ohne Vorurteile mit. Übrigens habe ich dann auch meinen Nachbarn, Willi Stadler, getroffen, dem das überhaupt nicht recht war. Mir eigentlich auch nicht. Was denn, haben wir gemeinsam einen kohlenraben, schwarzen Lumumba getrunken, der uns über das Leben an sich und die Liebe im Besonderen unterhalten hat. Um weder am schwarzen Lumumba noch am blotten Willi hängen zu bleiben, einig noch einmal zu marmieren Platz. Hier, äh, hier entdecke ich eine Getränkestadt des Alltats. Der Etila, feieramerikanische Weihnachtsgetränke anbietet, hier schlau. Unsere Weihnachtsmitte versteckt der Globalisierung rechtlich. Ich entscheide mich, wenn Hochkozüttel geht nach Kakao, der Grundlage von Sipp, Sahne, kubanischen Jungen. Ich lebe sogar noch mehr Zeit, weil es einer guten Sache liegt. Ich entscheide mich, von einer Frau Signalerin, die in den besten Jahren eine Diskussion über das Leben an sich und die Liebe im Besonderen vermittelt hat. So kommt es eben sehr schnell noch zu zwei heißen Zitronendingen bei den Köln. An einem heißen Christus, Kaperin, ja, und es stand daneben zu einem Fläschchen Kötzinger, mit dem Rad und Eugenkalb mit Lust und Schaum in Spirats. Die mir euer geschmacklich eher als flüssiges Badefall. Deswegen reiche ich am Ort zum Schwabinger Weihnachtsmacht auf, wo Peter und Niki sich nicht mehr über das Leben an sich, sondern nur noch über die Liebe umgelegt. Die genehmigen mir die zwei letzten Grühwanggläser schwemme damit. Die können, 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 können sich auch nicht, den Namen, Eukalyptus, Schaum in Spirats, so her. Ich mache einem Freund der Vorschlag, diesen vorweihnachtigen Abend, mit einem schönen Andachtslutel würdig ausklingen zu lassen. Unser Gesang geht allen ans Gewinn. Unser sichtbarer Fettwiederholung reizt der halbe Schaum in der Weihnachtsmacht mit. Dolly 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 dolly! Sogar der Massimo von der niedersche Stadt, Gord und Bitt, Und um Abend, mal erwähnt mich zu einem sozialen Monatalen Wunsch an. Wenn sich meine heutigen Anstrabazierungen, Geschmacksmärkten nicht irren, Chaisalam Rusko mit viel Ramazan. Und heutzutage gehe ich mit feuchten Auten und wende mich anderen wichtigen Dingen des Lebens zu, das halt nicht nur aus Weihnachten gesteht. Trotz allerseits, trotzdem allerseits, ein fröhliches und besinnliches Doti-Doti-Doti-Doti!